Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Folge, Minecraft, genau. Und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und heute beschäftigen uns damit, einen Friseurladen zu bauen. Wer der Friseur davon ist, verrate ich in dieser Folge nicht. Na gut, vielleicht hast du es schon auf dem Titel, also auf dem Thumbnail gesehen oder vielleicht blende ich dir jetzt auch hier in den Figuren, aber ich sage darüber nichts. Da ich erst im zweiten Teil, wenn wir den Laden natürlich auch einrichten, komplett über die Folge herziehe. Ich werde euch da alles sagen, was es mit dem Laden zu tun hat, aber du kannst mich dabei dann auch natürlich kontrollieren. Dabei blende ich dir jetzt mal den Namen der Folge ein, kannst dich natürlich schon ein bisschen schlau machen und gucken, wie der Laden von denen aussieht, damit du mich im zweiten Teil, der ich dann natürlich auch unten in der Videobeschreibung verlinke, kannst mich überprüfen, ob ich auch alles richtig gebaut habe. Naja, da gucken wir mal. So, jedenfalls ist das hier der Vorbau unseres Friseurladen. Der heißt natürlich Ari Hair Yet, also bist du noch Haare, hast du noch Haare, dann gehen wir natürlich zu diesem Laden. Und da würde ich sagen, legen wir los. Und zwar, die die gleiche nebenan, neben unserem goldenen Trüffel, fand ich eigentlich eine super Stelle, hier weiter zu machen. Ist auch ein Reihenhaus, kann ich nur sagen. Also da kann man wirklich gleich da ran, dann das nächste Haus ranbauen. Da bin ich mal, oder muss ich mal gucken, was ich da ranbaue. Naja, da ist ja noch alles offen. So, aber ich würde sagen, gehen wir erstmal an die Kiste ran und holen uns erstmal unser Block mit raus. Für den Laden ist alles noch relativ überschaubar. Dann holen wir uns natürlich die erste Reihe raus und dann legen wir los mit einem Ziegelblock, den wir uns holen. Den rosa, trockener Meton. Du kannst auch rosa eine Wolle nehmen, das ist so immer Geschmacksack von der Textur her. Dann nehmen wir noch Stein, Ziegelblock, davon die Treppe und Stufe darf nicht fehlen. Weiter geht es dann mit dem Glas. Ich verwende heute hellblaues Glas, kannst auch dieses Glas nehmen. Immer so, was dir am besten halt gefällt. Ja, dann holen wir uns noch Stein, Ziegelstufen raus, passen natürlich zu unserem Block, den wir schon haben. Dann holen wir uns noch weißen Beton raus und hellgrauer Beton. Wenn wir dann das ganze Block zusammen haben, geht es los. Erst haben wir den Ziegelblock, dann müssen wir uns erstmal den Grundriss unseres Friseurladens bauen. So. Ja, wir suchen uns irgendeine Ecke aus. Ich nehme jetzt die einfach mal und setze eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke hin. Können wir überprüfen, nochmal hier in der Mitte. Jo, haben wir sieben. Jetzt bauen wir natürlich hier die Vorderseite. Das heißt, wir gehen nach dem siebten Block, einen nach hinten weg, lassen drei Blöcke frei und setzen nochmal einen Block. Haben wir jetzt an sich so eine Fläche von fünf Blöcke. Und können hier dann wieder einen so nach vorne gehen und setzen hier auch nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Blöcke. Können auch mal überprüfen mit der Mitte. Pass. So, das ist schon mal unsere vordere Seite. Jetzt gehen wir erstmal an die Seiten ran. Die müssen wir einfach mal gerade weg nach hinten ziehen. Jetzt ziehe jetzt einfach mal den ersten hier mit. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also 19 Blöcke an sich gesetzt. Machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Zack. Also den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten, neunten, zehnten, elften, zwölften, dreizehnten, fünften, fünften, sechzehnten, siebten, achtzehnten, neunzehnten. Jo, nicht verzählt. Passt alles super. Dann können wir hinten das einfach mal verbinden. Zack. So, wenn wir das geschafft haben, nehmen wir jetzt unseren rosanen Beton. Und da setzen wir erstmal auf der Vorderfront, würde ich mal sagen, hier auf der Seite einen rauf. Und zwar auf einer Höhe von eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, acht Blöcke müssen wir noch raufsetzen. Insgesamt haben wir dann eine neuner Höhe. Können wir nochmal überprüfen. Vier oben, vier unten, die Mitte ist einer, also neun. Also auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Hier einfach noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Blöcke rauf. Ups. So, der achte. Und dann gucken wir nochmal, stimmt das Ganze. Haben wir, ups, vier oben, vier unten, die Mitte ist neun. Zack. Fertig. So, der nächste Schritt, den wir machen, ist mit dem rosanen Beton oder rosane Wolle, wie du hast, jetzt hinten diese Rückseite einmal auf die gleiche Höhe zu ziehen. Haben wir das Ding geschafft, geht es weiter mit der Vorderfront. Dabei nehmen wir nochmal unsere rosanen, trockenen Tonks zur Hand und fangen dann hier auf der Vorderseite einfach mal mit dieser Ecke hier am Ende an. Und zwar, dann setzen wir darauf noch vier weitere Blöcke rauf. Haben wir das geschafft. Hier bei diesen einzelnen setzen wir auch nochmal vier Blöcke rauf. Hier auch nochmal. Zack. Und hier machen wir das gleiche Spiel. Super. So, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter mit unseren Steinziegelblock Treppe und Stufe. Wir fangen mit dem Block an. Hier vorne bei unserem Eingang natürlich setzen wir jetzt jeweils zur Sederseite drei Blöcke hin. Oben setzen wir einfach mal, zack, die umgedrehte Treppe hin und fertig ist unser Eingang so ein bisschen für die Tür schon. Weiter oben hier setzen wir jetzt einfach mal umgedrehte Treppen hin, setzen dazwischen denn hier noch eine Stufe und unten jeweils auch nochmal eine Stufe hin. So, dann sind wir damit erstmal durch und können jetzt hier mit dieser Seite uns noch ein bisschen mehr befassen und zwar mit den Fenstern. Wir setzen einfach mal unten jeweils auf jeder Seite so zwei Stufen hin. Können jetzt entweder mache ich jetzt erstmal die erste Variante mit einfach nur den Block hin, um dann auch nochmal die Stufen jeweils zur Seite hinsetzen. Das ist eine erste Variation vom Fenster, was wir haben. Oder du machst eine zweite Variation. Wir nehmen auch erstmal die Stufen unten hin und dann kannst du mit Treppen, ich mache jetzt einfach mal alles so normal nach oben, so und dann kann ich mir das hier so ein bisschen formen, wie ich mir das Ganze möchte, denn am Ende mir diese Strebe fürs Fenster zu machen. Es gibt also zwei Methoden, wie man sich das Ganze machen kann. Entweder nimmst du halt nur den Block, wo es natürlich dann so aussieht, oder machst du dann einfach mit Treppen, wo dann so ein kleiner Knubbel da entsteht. Aber es wirkt ein bisschen dünner halt. Ist ja auch irgendwie klar, dass es hier dünner ist, aber in der Mitte ist das Ganze doch etwas dick. Naja, da muss man mal gucken, was man gerne nimmt von diesen zwei Variationen. Ich glaube, wir hätten mehr zu dieser gehen, aber mir gefällt auch die. Aber naja, das ist halt Geschmackssache. So, erstmal mit dem rosa Beton, wie ich mal noch sagen, erstmal über eine Schicht noch raufsetzen. Das machen wir mal so. So, dann haben wir das erstmal sauber abgeschlossen. Können dann einmal kurz unserem Glas wechseln und einmal diese Fronten hinten verkleiden. Wenn wir denn die Fester verkleidet haben, gucken wir uns nochmal kurz an, wie ich das so ein bisschen gemacht habe. Eigentlich relativ simpel, nur einfach die Glasböcke genau hinter den Öffnungen einfach platzieren. So, jetzt gehen wir aber nochmal, bevor wir weiterbauen, erstmal an die Kiste ran. Und du kannst jetzt den Ziegelblock an sich weg tun. Den brauchen wir nicht mehr und holen uns dafür mal einen Faden raus. Also einfach den normalen Faden, wie man den so kennt, die platzieren einfach mal hier. Also der halt ein Faden ist. So, wenn wir den haben, geht es weiter. Und zwar platzieren wir jetzt, ganz einfach gesagt, den Faden platzieren wir jetzt einmal hier bei unseren kleinen Fenster einfach mal auf der gleichen Höhe nochmal hin. Zack, so leicht durchsichtigen und können darauf jetzt unseren trockenen Beton setzen. Das hat jetzt die Sache, weil trockener Beton ist natürlich mit der Schwerkraft verbunden. Also fällt er nach unten. Na gut, er würde jetzt, ich wolle, ein bisschen besser machen, aber ich finde halt von der Textur finde ich einfach rosa und trockener Beton besser. Also von daher arbeiten wir heute auch mal mit Fäden. Ist ja auch schon eine Weile her, dass wir damit mal gearbeitet haben. So, der nächste Schritt ist jetzt einfach mal, dass wir auf der Vorderfront die Seiten um jeweils eine Blockreihe erweitern, damit das ein bisschen stabiler ist. Und können jetzt einmal zu unseren weißen Beton wechseln und den jetzt hier einmal so nach innen gesetzt, auf eine Zweierhöhe nach hinten setzen. Denn das wird an sich unsere Tafel werden für unsere Banners. Das heißt, jetzt müssten wir an sich die Banners rausholen. Mit dem Banners machen wir dann die Schrift noch rauf. Da ist dann immer noch die Frage, wie macht man Buchstaben auf Banners rauf? Wenn du das nicht weißt, verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung ein kleines Tutorial, wie du das ganze Alphabet auf Banners die Craft ist. Und dann sollte das eigentlich auch schnell gelöst sein. Ja, wenn wir das ganze drauf haben, A-Ri-Hair-Jet, also bist du schon haarig, brauchst du neue Frisur, dann gehen wir weiter los mit dem Faden erstmal. Und zwar jedes Mal, nachdem wir sag ich mal jetzt hier jetzt eine freie Fläche haben, wo das Wort endet, setzen wir einfach mal einen Faden hin. Das hat jetzt einfach die Sache, dass wir jetzt darüber trockenen Beton hinsetzen. Und der würde natürlich runterfallen, wenn er jetzt kein Banner wäre oder ein Faden wäre. Dafür setzen wir es jetzt ganz einfach hin. Nun suchen wir dann erstmal auf der Vorderfront die Mitte. Finden wir eigentlich relativ schnell, wenn wir uns ein bisschen hier unten orientieren, wo wir den Eingang haben. Dann setzen wir ganz oben einfach mal einen rosen Beton hin. Zu jeder Seite machen wir nochmal drei hin. Zack. Und dann eins, zwei, drei. Und dann haben wir das auch geschafft. So, jetzt fällt mir gerade noch auf, wir haben ja über unserer Tür jetzt auch noch so eine freie Fläche. Die müssen wir natürlich einmal ausfüllen mit unserem trockenen Beton. Da haben wir jetzt nur die Sache, dass wir natürlich jetzt hier die Schwerkraft haben. Da empfehle ich dir dann, wenn du das Ganze dir einrichtest. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt hier Steinziegelblöcke nehmen, Treppen nehmen oder was weiß ich, um hier den Eingang zu machen. Das kannst du natürlich nochmal ändern, wenn du innen drin dir das Ganze dann auch verkleidest mit Tapet oder so. Aber erstmal zur Notlösung nehme ich erstmal einfach den Ziegelblock dafür. Und zwar nehmen wir ganz einfach mal erstmal unsere Ziegelstufen zur Hand. Die können wir jetzt oben drauf jeweils auf unsere, ja, rosane, trockene Betonschicht einmal drauf platzieren. Weiter geht es dann ganz einfach mit dem Dach. Da nehmen wir einfach mal hellgrauen Beton und können hier einfach mal die Fläche ausfüllen. Nachdem wir denn das Dach einmal ausgefüllt haben, legen wir nochmal los mit unseren rosanen Beton. Da wir jetzt hier oben nochmal diese Fläche ein bisschen verdicken müssen. Das heißt jetzt einfach mal, wir haben ja hier so eine kleine Erhöhung gemacht. Da sitzen wir noch dahinter 1, 2, 3, 4, 5 weite rosanen Beton, äh, trockene Betonblöcke hin. Darauf dann natürlich unsere Ziegelstufen und dann können wir das einfach miteinander noch hier hinten zu machen. Wir hoffen dann auch nochmal 5 hingesetzt haben. Dann überall die Ziegelstufen hinsetzen und die Mitte hier filmen wir wie immer aus. Wie ich mal sagen, mit hellgrauen Beton. So, man kann es entweder so lassen oder man sagt, okay, doch, wir machen hier zu. Na, ist immer so Geschmackssache. Das genaue Bild, wie es von oben aussieht, hat man nicht. Also von daher kann man sich das ausruhen, wie man das Ganze machen möchte. Entweder man es komplett zu oder lässt es offen. Aber ich glaube, ich lasse es. Na, jetzt ist es natürlich zu. Hm, immer so Geschmackssache. Ich weiß es nicht so. Ich glaube, aber ich mache es mir lieber auf. Ja, gefällt mir besser. Ich lasse es einfach mal so. Ja, der nächste Schritt wäre dann erstmal das ganze Block Modell wegzutun. Und dann gehen wir wieder an unsere Kiste ran und holen uns den Rest noch raus. Was hier natürlich noch so übrig geblieben ist. Zack. Und was wäre das Ganze? Zum einen brauchen wir natürlich noch eine Tür für unseren Eingang. Heute nehme ich jetzt einfach mal eine Eisenfalltür. Man kann auch jede andere Tür nehmen. Immer so Geschmackssache, was man gerne nehmen möchte. Falls du natürlich eine Eisentür nimmst, brauchst du natürlich noch Druckplatten dafür. Dann holen wir uns auch dunkle Prismarientreppen raus, eine Eisenfalltür und Eisengitter. Wenn wir das ganze Blockmodell haben, geht es los. Erstmal würde ich sagen, mit den Eisengitter. Da fliegen wir hier oben einmal hin. Ich setze einfach mal zur Seite. Ach nee, warte, wir setzen einmal hier. So. In der Mitte einmal ein Eisengitter hin. Lassen einen Block frei. Nochmal ein Eisengitter. Andere Seite auch nochmal. Zack. Und dann können wir darunter immer unsere Eisenfalltür setzen. Das soll an sich ein paar Lampen darstellen, die oben platziert sind. Wenn wir das haben, nehmen wir jetzt unsere dunklen Prismarientreppen, platzieren die einmal über unseren Fenstern. Da das so, ja, die Vordächer sind, der Fenster. Mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Du könntest das Ganze auch noch abrunden. Aber ich weiß nicht, ob das besser aussieht. Ich mache es einfach mal derseits. Ich werde es mir im Nachhinein ja nochmal ändern. Ich glaube, ich nehme diese Art. Aber da kannst du mal diesen Kontrastszene, wie das Ganze so ein bisschen wirkt. Naja, ist immer Geschmackser halt. Ja, dann geht es noch mit der Tür weiter. Die dürfen wir natürlich nicht vergessen. Da kannst du auch gleich noch, würde ich mal sagen, einfach den Boden nehmen, wie du jetzt ein Bürgersteig hast. Dann machen wir hier einfach mal den Bürgersteig hin. Denn wenn wir das im Nachhinein machen, müssen wir die Tür ja auch nochmal erneut hinsetzen. Das heißt, ich setze mir das einfach so hin. Zack. Züge ich die Druckplatte vor. Dann drinnen müssen wir die in den Augen, dann kommt es auch wieder raus. So, wenn wir das dann auch haben, eigentlich durch. Ja, haben wir alles verwendet. Und dann steht, are we here yet? Ja, und dann kann unser Friseurmeister da schon einziehen. Man kann auch so ein paar kleine Sachen machen. Der Friseurladen wurde ja, sag ich mal, restauriert. Der war ja neu. Ups, jetzt erzähle ich schon wieder ein bisschen was. Aber man kann ihn ja noch machen, dass er auch wieder so ein bisschen alt ist. Wir haben ja hier den goldenen Trüffel, der ist ja auch ein bisschen verfallen schon. Oder ein bisschen Fassade brückelt ab. Kann man hier natürlich auch immer machen. Hier muss man jetzt nur aufpassen, da es jetzt alles trockener Beton ist, dass der dann natürlich auch nach unten fällt. Ich weiß gar nicht, kann man so schnell sein? Ne, ne, hm. Naja, könnte man auch machen, dass er ein bisschen eine Fassade hat. Wird natürlich jetzt hier ein bisschen dauern. Aber das kann man auch noch im Nachhinein machen. Ja, was könnte man noch machen beim Laden? Hm, das Dach sieht noch ein bisschen leer aus. Da könnte man natürlich noch ein bisschen Dekoration drauf platzieren. Warte mal. Na, da fällt euch doch immer noch was ein, was man auf dem Dach ein bisschen platzieren könnte als Deko, ne? Ein paar Lüftungsanlagen oder sonstige Sachen, ein paar Antennen, Schornsteine, alles mögliche. Kann man ja immer auf dem Dach raufsetzen, damit das ein bisschen beliebt ist. Haben wir jetzt hier auch natürlich ein bisschen gemacht, ne? Im kleinen Maßen. Na, vielleicht ein bisschen voll hier. Naja, muss man doch mal gucken, wie viel man sich da aufsetzen möchte. Ist dann auch wieder Geschmackssache. Ja, aber ansonsten ist unser Friseurladen fertig. Dann würde ich sagen, hören wir uns zum zweiten Teil wieder, wenn der Laden eingerichtet ist. Da werde ich auch ein bisschen mehr drauf eingehen. Da werde ich dir auch ein bisschen was aus der Folge zeigen. Naja, jo, dann würde ich sagen, wird sich wieder vorne in Safety hingestellt. Und dann hören wir uns zur zweiten Folge. Haust rein. Und Tschüss.